Der Prolog von Ochrit vom 13. November Gedenken Der heilige Johannes Chrysostomos, Patriarch von Konstantinopel Der heilige Johannes wurde in Antiochia im Jahr 354 nach anderen Quellen 344 geboren. Sein Vater Secundus war ein kaiserlicher Kommandeur, seine Mutter hieß Anthusa. Im Verlauf seines Studiums der griechischen Philosophie entstand bei Johannes Abscheu gegen das griechische Heidentum und er nahm den christlichen Glauben als die eine und allumfassende Wahrheit an. Meletios, der Patriarch von Antiochia, taufte Johannes und seine Eltern empfingen daraufhin ebenfalls die Taufe. Nach dem Entschlafen seiner Eltern wurde Johannes zum Mönch geweiht und führte ein strenges, asketisches Leben. Währenddessen schrieb er das Buch über das Priestertum. Danach erschienen ihm die heiligen Apostel Petrus und Paulus und sagten ihm voraus, er werde ein Leben führen, das von hohem Dienst, großer Gnade und großem Leid erfüllt sei. Als er zum Priester geweiht wurde, erschien ein Engel Johannes und zugleich dem Patriarchen Flavian, dem Nachfolger Meletios. Als dieser Patriarch Johannes die Hände auflegte, erblickte man eine weiße Taube, die über Johanneshaupt schwebte. Gerühmt für seine Weisheit, seine Askese und Wortgewalt wurde Johannes auf Geheiß des Kaisers Arkadius zum Patriarchen von Konstantinopel geweiht. Als Patriarch leitete er die Kirche sechs Jahre lang mit beispiellosem Eifer und Weisheit. Er sandte Missionare zu den heidnischen Kelten und Skiten. Aus der Kirche märzte er die Sämonie aus, indem er viele Bischöfe, die dieses Lasters schuldig waren, absetzte. Er weitete das karitative Werk der Kirche aus und schrieb eine besondere Ordnung für die göttliche Liturgie. Er beschämte die Heretiker, rügte Kaiserin Evdokia, legte die Heilige Schrift mit seinem goldenen Geist, mit seiner goldenen Zunge aus und hinterließ der Kirche viele kostbare Bücher und Homilien. Die Menschen priesen ihn hoch, die Eifersüchtigen beneideten ihn, und die Kaiserin schickte ihn zweimal in die Verbannung. Johannes verbrachte drei Jahre in der Verbannung und entschlief als Verbannter am Tag des Festes der Erhöhung des kostbaren und lebensspendenden Kreuzes am 14. September 407 in der Stadt Komana in Georgien. Vor seinem Hinscheiden erschienen ihm die heiligen Apostel Petrus und Paulus wieder, wie dies auch dem heiligen Märtyrer Vasiliskos Gedenken am 22. Mai wieder fuhr, in dessen Kirche er zum letzten Mal die heilige Kommunion empfing. Seine letzten Worte waren, Ehre sei Gott für alles. Und so wurde die Seele dieses Patriarchen mit dem goldenen Mund hinaufgehoben ins Paradies. Die heiligen Märtyrer Andonius, Nikiforos, Irmanos und Manetha. Die ersten drei sahen, wie die Heiden bei einem ihrer Feste mit Tanz und Geschrei die Götzen anbeteten. Furchtlos traten sie vor die Menge und verkündeten den einen Gott in der Dreiheit. Firmilian, der Gouverneur von Caesarea in Palästina, wo dies geschah, geriet so sehr in Zorn über das Verhalten der drei Christen, dass er befahl, sie unverzüglich zu enthaupten. Manetha war eine christliche Märtyrerin, die den Märtyrern folgte, als sie auf die Hinrichtungsstätte geführt wurden. Auch sie wurde verhaftet und nach grausamen Martern lebendig verbrannt. Sie erlitten das Martyrium im Jahr 308 und gingen ein in die Freude des ewigen Gottes. Der heilige Märtyrer Zamaskinosh wurde in Galata in Konstantinopel geboren und hieß zuerst Diamantis. In seiner Jugend führte er ein ausschweifendes Leben und wurde sogar Moslem. Doch dann überkam ihn bittere Reue und er ging auf den heiligen Berg, wo er zwölf Jahre in strenger Askese als Mönch der Elavra des heiligen Athanasius lebte. Da er jedoch das Martyrium zur Austilgung seiner Sünden ersehnte, ging Zamaskinosh nach Konstantinopel, suchte die Moscheen auf, machte das Zeichen des Kreuzes und rief, der Glaube der Türken sei falsch, Jesus Christus aber sei Gott und der Herr. Er wurde vor der Pforte des Fanar am 13. November 1681 enthauptet. Seine Reliquien ruhen in Chalki im Kloster der heiligen Dreiheit. Lobeshymne Der heilige Johannes Christosdomos Die Kirche verherrlicht den heiligen Johannes, den goldenen Mund von Gott gesegnet. Gott ist großen Kämpfer, der der Schmuck und Ruhm der Kirche ist. Team für im Herzen und Geist und eine goldenseitige Hafe an Worten. Er tauchte in die Tiefen der Mysterien und fand die kostbare Perle, die in den Sternen leuchtet. Er hob mir im Geist in himmlische Höhen, entfaltete er göttliche Weisheit und seine Schau ist zu allen Zeiten wahr. Er gab dem Sohn Gottes alles, er offenbarte uns die Schrecken der Sünde und die Tugenden, die den Menschen schmücken. Er zeigte uns die kostbarsten Mysterien und all die süßen Reichtümer des Paradieses. Evangelist, Ausleger des Evangeliums und Träger geistiger Freude, mit Eifer für Christus wie ein Apostel. Er duldete keine Ungerechtigkeit, wurde gequält wie ein Märtyrer und empfing seine Mater als Unterpfand der Rettung. Dieser Diener Christi erwies sich als wahrhaftig, daher verherrlicht die Kirche Christosdomos. Betrachtung Strafe und Lohn Beide sind in Gottes Hand. Doch wie das irdische Leben nur ein Schatten des wahren Lebens im Himmel ist, so sind Bestrafung und Belohnung hier auf Erden auch nur ein Schatten jener echten und ewigen Strafe und Belohnung. Die größten Verfolger des heiligen Hierarchen Gottes Christosdomos waren Theophilus, der Patriarch von Alexandria, und die Kaiserin Evzokia. Nach dem Märtyrer-Tod des Christosdomos fielen auf beide schwere Strafen. Theophilus wurde wahnsinnig und Kaiserin Evzokia wurde von Kaiser Arkadius vom Hof vertrieben. Evzokia befiel bald darauf eine unheilbare Krankheit, Geschwüre brachen überall an ihrem Körper auf und Würmer kamen aus den Wunden. Es ging von ihnen ein solcher Gestank aus, dass die Menschen in der Straße kaum an ihrem Haus vorbeigehen konnten. Die Ärzte verwendeten stark duftende Parfüme, Essenzen und Weihrauch und versuchten damit den Gestank, der von der so gestraften Kaiserin ausging, zu mindern, doch mit nur geringem Erfolg. Schließlich starb sie in Gestank und Qualen. Doch Gottes Hand lag nach ihrem Tod sogar noch schwerer auf ihr. Der Sarkophag, der ihre Gebeine hinhielt, schüttelte sich 30 Jahre lang bei Tag und bei Nacht, bis Kaiser Theodosius die Reliquien des heiligen Johannes Christosdomos nach Konstantinopel überführte. Doch was geschah mit Christosdomos nach seinem Tod? Er erhielt einen Lohn, den einzig Gott geben kann. Adeltius, der arabische Bischof, der den verbannten Christosdomos in seinem Haus in Kokussus empfangen hatte, betete zu Gott nach dem Tod des Heiligen, er möge ihm offenbaren, wo Christosdomos Seele sei. Als er daraufhin einmal im Gebet versunken war, wurde er wie aus sich herausgenommen und er sah einen von Licht umflossenen Jüngling, der ihn in den Himmel führte und ihm die Ränge der Hierarchen, Hirten und Lehrer der Kirche zeigte, wobei er sie alle beim Namen nannte. Doch er sah den heiligen Johannes dort nicht. Dann führte ihn der Engel Gottes aus dem Paradies heraus und Adeltius wurde sehr traurig. Als ihn der Engel nach dem Grund für seine Traurigkeit fragte, erwiderte Adeltius, er sei sehr bekümmert darüber, dass er seinen Lehrer Johannes Christosdomos nicht unter den dort Wohnenden gesehen habe. Der Engel antwortete ihm, Kein Mensch, der noch im Leib ist, kann ihn sehen, denn er steht neben dem Thron Gottes zusammen mit den Cherubim und Seraphim. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die wundersame Schöpfung der Welt. Genesis Kapitel 1 Wie Gott am Anfang Himmel und Erde schuf, wie die Erde ohne Gestalt und Struktur war, wie der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Homilie Über das Fundament und den Eckstein Erbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, der Eckstein ist Christus Jesus selbst. Epheser 2, Vers 20 Das Fundament der Apostel und Propheten, meine Brüder, ist deren Leben und Werk das Alte und Neue Testament. Wer vereint die Apostel und Propheten? Christus, der Herr. Ohne ihn wären die Propheten nicht in der Lage, die Apostel zu verstehen und die Apostel die Propheten. Er ist die Erfüllung der Propheten und das Zeugnis der Apostel und so ist er der Eckstein, der die Propheten und die Apostel miteinander verbindet und sie zusammenhält, wie ein Eckstein zwei Mauern hält. Das ganze Alte und Neue Testament sind vereinigt in ihm. Sie finden ihren Sinn in ihm, sie umkreisen ihn und werden von ihm inspiriert und erhalten, dem Herrn Jesus Christus. Wo können Heiden und Hebräer einen gemeinsamen Grund und Verständnis finden, wenn nicht in Jesus Christus, dem Herrn? Nirgendwo außer in ihm. In ihm und durch ihn werden sie zu dem einen neuen Menschen, zu dem einen unsterblichen Leib, zu der einen heiligen und apostolischen Kirche. Der Leib und die Seele werden in hoher und heiliger Freundschaft nur im Herrn Jesus vereint. Die Verbindungen zwischen der Seele und dem Leib waren miteinander in Feindschaft bis zu seinem Kommen im Leib und diese Feindschaft war für die Seele gefährlich. Er versöhnte und heiligte sie beide. So wurde er zum Eckstein jedes unsterblichen und gottgefälligen Bauwerks und fügt miteinander versöhnte Menschen, Familien und Völker jeglicher Rasse zusammen. Aus der Gegenwart in der Vergangenheit und in der Zukunft sowohl des Alten wie des Neuen Bundes. Er ist der Hauptstein eines jeden Gebäudes, wie er das Haupt des Leibes der Kirche Gottes ist. O Herr Jesus Christus, unser Stein der Rettung, erbarme dich unser und rette uns. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.